moin moin und herzlich willkommen zurück zu hardcore kürbel ich war mal so frei nach dem live stream für 141 tage den zeitraffer anzuschmeißen und wenn ich jetzt mal ein bisschen raus scrolle erkennt man dann auch was das ergebnis davon war nämlich dass wir jetzt gerade im flyby von eve angekommen sind also ihr habt quasi sage und schreibe zwei minuten verpasst und wir haben einen milestone bekommen und zwar den ersten flyby an eve hervorragend und bevor wir jetzt das erste manöver da machen gucke ich mal ob das eventuell irgendeine eeve lastige mission für uns ergeben hat das wäre nämlich ganz cool und dann benutze ich auch den flight computer versprochen vielleicht ein bisschen vielleicht man ist auch von hand wer weiß das schon so wir gucken mal mission control sagt kürben 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 synchrones orbit of eve wollen wir das gerade new an mann pro bild vor ja okay die müsste ich neu starten das hilft mir natürlich nicht ne gibt im moment nix okay dann können wir in ein paar tagen noch mal vorbeischneiden wenn wir im orbit sind was wir jetzt aber mal machen können wir haben 141 tage vor gespult wir können jetzt mal ganz schnell bevor wir da weitermachen die ja ich weiß die spannungskurve ist fürchterlich die labore leer räumen und zwar einmal von der minimus station da müsste einiges an science jetzt aufgelaufen sein also die müsste theoretisch voll sein dann können wir das einmal schon abholen was so eine verbindung hast du natürlich nicht weil du mal wieder ich habe auch ein talent immer zu dieser station zu kommen wenn die sich hinter dem minimus befindet und keine sorge die pro fliegt nicht an die vorbei ich glaube wir haben irgendwie ein tag oder sowas zeit so jetzt haben wir control und wir haben 500 science von 500 angesammelt die übertragen natürlich mal damit die hier weitermachen können es wird immer noch mit einer rate von 5,2 geforscht also freedom und künub sind da fleißig mit dabei und das heißt jetzt natürlich auch wenn wir die science noch eingesackt haben dass wir noch mal richtig was freischalten können weil ich denke mal bei der eave mission wird auch noch was rum kommen und ich unterstelle mal im space truck sind bestimmt auch noch mal weiß ich nicht viel also 2 300 bestimmt vielleicht aber sogar 500 ich glaube wir hatten eine rate von zwei science pro tag bei 141 tagen vor gespult sind das summa summa um 282 plus alles was vorher schon drin war also vielleicht so knappe 300 noch mal das heißt wir haben dann 138 jetzt schon wir übertragen grad 500 sind wir bei 638 plus noch mal 300 um und bei oben drauf dann haben wir 938 science plus das was jetzt bei der eave mission abfällt da können wir auf jeden fall zuschlagen ich denke mal drei 300er technologien sind auf jeden fall drin das heißt ihr könnt euch ja gerne schon mal den tech tree angucken was ihr so glaubt was sinnvoll wäre und mal drei technologien vorschlagen die wir noch nicht haben ich guck dann zum ende des videos heute auch einmal ins rnd rein damit wir mal sehen können was noch nicht erforscht ist aber nur so als überblick dann könnt ihr selber aussuchen was ihr sinnvoll findet so jetzt machen wir noch mal den space truck leer space truck und dann wird auch schon die probe in den orbit geschossen weil ich denke mal wenn jetzt der flyby schon den milestone gibt dann gibt es für den orbit bestimmt auch noch mal einen und dann können wir natürlich noch science sammeln so was ist hier drin 204 doch weniger stimmt ja das wird ja auch weniger in der rate na gut aber es sind trotzdem sind 200 das heißt wir haben dann 842,9 vielleicht sogar 843 und ich denke mal mit den experimenten die wir jetzt dabei haben an dem satelliten sollte es uns durchaus möglich sein dass wir vielleicht noch mal so 100 drauf packen also wir brauchen ja nicht mal mehr 100 dann 60 um und bei dann hätten wir die 900 voll das heißt wir könnten uns drei technologien kaufen oder freischalten kaufen ist ja noch mal ein anderer schnack aber jetzt gucken wir erstmal jetzt müssen wir den satellite natürlich noch in naiv umlaufbahn bekommen und ich würde sagen das machen wir jetzt mal und ja für alle von euch die sehr unter dem letzten live stream gelitten haben ich werde das mit dem flight computer machen den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe ich vertraue ihm jetzt einfach mal weil unser leck ist 19,6 sekunden langsam steigend und darauf habe selbst ich keinen bock das heißt wir planen uns jetzt mal ein manöver zurecht dass wir in eine eave umlaufbahn kommen so das machen wir natürlich hier an der periapsis weil da ist das hoffentlich am effizientesten und eave hat eine atmosphären höhe von 80 kilometern also gehen wir nicht in die atmosphäre rein aber schon nah ran denn wir wollen ja nachdem wir mit dem orbiter unterwegs waren unsere probe noch absetzen so das machen wir jetzt wir machen 400 kilometer ich gehe auf 400 kilometer höhe runter das hat nämlich den vorteil dass wir ich habe hier noch so passive relay antennen ja dran also wenn jetzt irgendwas blödes nachher passiert mit dieser antenne habe ich hier noch 500 kilometer reflektronen dp 10 irgendwas antennen dran dann kann ich immer noch kontakt aufnehmen mit der probe wenn die unten steht ja und muss mich da nicht ärgern so flight computer wir wollen mit unserem flight computer das nächste manöver ausführen zack so jetzt sagt er er macht ein bisschen vorher drei minuten vorher holt manöver prograde und macht dann das manöver das heißt wir können jetzt mal hinwoppen eigentlich zumindest wüsste ich nicht was dagegen spricht fällt jetzt keine keine sinnvolle ausrede ein ist nicht zu tun und es rotiert das sieht doch mal cool aus guck mal dass ich da wollen wir hin da wollen will so eigentlich müsste der ja jetzt von alleine ich lasse einfach mal die finger weg eigentlich müsste der jetzt von alleine aus dem time warp raus kommen sobald er denkt dass es wäre eine gute zeit sein manöver zu machen ja und er schraubt den time warp runter das sieht gut aus so und jetzt ist es ja auch egal wenn wir die verbindung verlieren wenn ich mich recht entsinne weil es hat ja jetzt der flight computer das manöver gefressen close alarm so der richtet sich auch aus so und jetzt gucken wir mal ich hatte ja auch irgendwo eine lampe dran um sich selbst zu beleuchten ich muss ihn nur noch finden ich könnte auch einfach licht drücken kann ich nicht ach so ja ist ja alles so verzögert da ist sie lights on das dauert echt 20 sekunden das licht anzuschalten läuft ich könnte aber während wir warten experimente machen gut seismic axelerometer wird nicht funktionieren nehme ich mal an ich probiere es mal trotzdem aus das macht ja aber überhaupt keinen sinn was haben wir hier hier haben wir noch das press mark barometer mal probieren das könnte vielleicht funktionieren dann haben wir ein thermometer und dann haben wir ein magnetometer was das noch irgendwas zeigen sich zu ach guck mal licht ist mittlerweile an ich glaube mehr habe ich nicht das heißt nichts bei scannen kann dann weiter okay das kann ich total verstehen weil das ist ja space high over eef so was gibt das jetzt freundlich kann ich so schnell ich räume das hier mal rüber so wir haben jetzt was der fährt den au guck mal der hat hier diesen teil auch guck mal das kann man verlustfrei übertragen meine güte ich bin ja völlig geflasht so 1 minu 33 noch 15 science so 18 science für den atmospheric pressure scan das machen wir auch mal hätte ich gesagt ich habe gerade überlegt aber der ist auch an der bodenprobe dran das macht sinn und nochmal 12 science für den temperature scan sehr schön so habe ich hier noch irgendwas angetackert hier ist noch mal ein thermometer und eine antenne ist irgendwas hinter einer antenne da ist ein körper engineer okay das heißt es bleibt dabei Das sind die sachen die wir haben und jetzt haben wir noch 53 sekunden bis zum geplanten manöver Ich guck mal ob ich eef wieder finde da oben ist eef so Hübsch Klein aber hübsch So und jetzt müsste hier gleich unser burn losgehen In 36 sekunden Und wir dürften einiges an sachen bekommen. So jetzt schauen wir mal guck mal 889 science haben wir jetzt schon hier ist auch irgendwas passiert First scientific data from eef das gab auch noch mal ein science punkt und vor allen dingen kohle So das heißt wir haben jetzt schon 638 638.000 ich kann auch nicht mehr lesen stories spät 618.000 wir nähern uns hier den das sind 50 prestige oder 50 prozent Wenn da 25 sind Was sind das für schritte in der skala Okay, der burn ist gestartet. Naja also wir nähern uns den 50 prozent prestig Warum sind das? Das ist aber eigenartig ist es 12,5 punkte sind dann Okay, also theoretisch sind wir irgendwie jetzt so bei 40 mal grob über den daumen gepellt und uns fehlen jetzt noch 11 science punkte nicht mal mehr dass wir die 900 voll bekommen also ihr dürft euch dann drei technologien mal überlegen ich nehme wie immer dann gerne Kommentare entgegen Was für technologien ihr glaubt das sinnvoll für uns werden Das ist die freischalt also kurze begründung hilft nur ich suche mir dann die flecken raus die ich am sinnvollsten finde behaltet dabei bitte im hinterkopf dass wir ja als nächstes großes Die dunamission machen wollen und dafür noch ein länder konzipieren müssen das heißt sämtliche technologie die uns natürlich Bei einer dunamission hilft ist absolut sinnvoll So wir haben hier noch 53 sekunden zu burnen und ich gehe mal stark davon aus dass es hier gleich noch ähm Weiteren Milestone oder rekord geben wird wenn wir nämlich In den orbit einschwenken was jeden moment der fall sein müsse es kommt jetzt rum und Los knick ein los Was ist schon ganz schön delta wie lastig muss ich sagen dass man über und wir haben ein orbit und siehe da Da ist unser rekord und das gibt noch mal ein seines punkt zwei Prestige oder reputation noch mal 25.000 Ja das hat sich insgesamt ich muss das jetzt noch mal zusammenrechnen aber ich glaube das hat sich schon gelohnt So jetzt bitte nicht abstürzen nee das manöver scheint rechtzeitig zu enden und aus sehr schön So muss das ein so das heißt wir können dann als nächstes Das manöver hier drüben planen Elf tage okay Add maneuver Und wollen jetzt in einen hoffentlich schönen kreisrunden 400 kilometer orbit einschwenken Dafür machen wir am besten auch mal das da an dass man das sieht was man tut so Und 400 und 336 ist mir ein bisschen zu wild Ein bisschen wieder hoch So ein bisschen kreisrum zumindest 403 und 404 Jetzt kann ich es nicht lesen 407 oder was ist das Äh So fertig 404 Kilometer und 393 das ist mir gerade genug Und dann machen wir wieder Execute So können wir jetzt hinwoppen Aber wir können ja einfach normal woppen Ein mehr noch oder Jetzt passiert was so Äh und jetzt gucken wir uns einfach mal wir genießen mal den Anflug an Eve wo ist ein Eve so Jetzt können wir das hier mal optisch genießen weil der Satellit ja theoretisch alles macht was wir so brauchen Was auch immer er da tut irgendwas mit kill rotation das scheint nicht so gut zu funktionieren Muss man eine fairness halber sagen So Aber auch hier müsste ja wieder gelten die verbindung ist letztlich egal und ich muss gerade eingestehen ich glaube ich war noch nie mit den enhanced Visual environments An Eve Sind das wolken ich glaube oder Ich glaube man kann durch die atmosphäre nicht durchgucken oder und das sind so ein bisschen wolken Ok er dreht sich Huch meine antenne ist ja auch noch ausgefahren Ah dann kann ich ja hier jetzt nochmal Magnetometer daten loggen Und Das da Pressure data Oh jetzt ist irgendwie die verbindung weg Das ist doof Ok Schade Irgendwas blockt jetzt gerade die verbindung wahrscheinlich ist es Eve schlicht und ergreifend Wo ist ein Kerbin ist da drüben Ok es ist immer noch space high over Eve Dann müssen wir das später mit der kleinen probe machen wenn wir Eintreten Und irgendwie habe ich so das gefühl dass gerade Kerbin So wir sind Wo sind wir denn Wir sind da so So Und dann muss ja Kerbin irgendwo da hinten gerade unterwegs sein Und das hin Ne Kerbin ist da drüben Ja dann ist unsere probe wahrscheinlich einfach gerade Nicht im zugriffsbereich Was schade ist aber Wir haben ja unser manöver eingespeichert Und jetzt kommt mal die probe aufs Exempel Wenn alles so klappt wie es soll mit dem flight computer Dann Macht er das manöver jetzt einfach trotzdem Ohne Dass er noch eine verbindung braucht Denn wir haben es ihm ja gesagt und er weiß was er zu tun hat Und wir müssen nicht viel tun um da irgendwie dagegen zu steuern Das ist zumindest der plan mal gucken ob er aufgeht In einer minute und 18 wissen wir mehr Und im moment haben wir immer noch keine verbindung Wohin zeigt er Ich will boost simulation lock ich will die antenne haben ComSat 204 Ja wahrscheinlich hat der momentan einfach keine verbindung Irgendwas Haben wir irgendwas anderes was irgendwie Ach ja Ist halt gerade nicht mit umstellen Irgendwann wird da wieder eine verbindung kommen Jetzt warten wir aber erstmal dass der sein manöver macht Dafür will er jetzt nochmal 1102 Delta V rausbrennen Ich hoffe dass die da noch drin sind Zumindest können wir uns den tank angucken Ist ja schon mal viel wert Er sagt aber er hat noch 2600 Allerdings steckt natürlich auch ein bisschen Delta V hier oben in den dingern drin Ich bin jetzt mal gespannt Ob der Haupttank Das noch hergibt Was wir so vorhaben Also das manöver sieht sauber aus Von der höhe her Das ist nicht schlecht Jetzt kommt wie gesagt der spannende teil Reicht der Sprit noch Weil was ich glaube Autostagen tut er nicht Und ich habe keinen Schimmer wie er sich verhält Wenn ihm mittendrin der Sprit ausgeht Ich hoffe dass er dann nicht völlig durchdreht So mal gucken Also Er macht seinen Burn Er sagt eine Minute braucht er Ja Und wir haben Relativ knapp Relativ knapp Und wir haben Und wir haben Nach Körben Nach Körben Und wir haben Wir haben Den Dunkeln Dunkeln abziehen Muss zumindest nicht unbedingt sein Wenn ich sie irgendwie vermeiden 23 Tage Das heißt doch eigentlich wenn ich jetzt auf Körben umstelle Alle Satelliten die ich einstelle auf Zeige in meine Richtung müssten funktionieren Ich habe echt Schiss dass das schief geht Ich drücke den jetzt einfach Puh Ich habe eine Verbindung Okay also funktioniert es auch wirklich so Also alle 23 Satelliten die da sind Haben gerade potenziell Verbindung zu uns Ich glaube ich habe 2-3 Satelliten umgestellt So haben wir hoffentlich eine etwas stetigere Verbindung So und jetzt lass mich mal überlegen Wir sind jetzt auf 400 Kilometer Höhe Meine Unterstellung ist Dass die Gurke hier Das kannst du mal wieder einfahren glaube ich Dass die Gurke hier genug Delta V hat Um aus einem 400 Kilometer Orbit Einen Eintritt zu machen Ja noch 1500 Delta V Hier ist nicht mehr so viel drin Das muss eigentlich reichen Wir brauchen ja nur Wir können ja hier Dingsbums machen Wie heißt das? Wir können ja Ein Ach Mist hier vorne Ist auch kein Kerbel Engineer dran Ne? Wir können ja Was können wir denn? Wenn ich den jetzt abkoppel Und der hat nicht Also einen Arrow Break machen Aber wenn der jetzt nicht genug hat Dass ich ihn in die Atmosphäre bekomme Dann wird es schlecht Ne? Wir probieren das jetzt einfach Das ist unsere erste EVE Mission Was kann passieren außer dass wir fatal scheitern? Ähm Wir haben Relay Antennen Für die ersten 500 Kilometer Jo Aber ich mach mal sicherheitshalber die hier an Dass wir möglichst lange Kontrolle behalten So Und jetzt wollen wir die hier auch schon mal Toggeln Ach Gott Echt alles Alles hat zeitliche Verzögerung Könnt länger werden die Folge Weil das würde ich schon gerne noch fertig machen Dann schauen wir mal ob das noch klappt So die Antenne ist schon mal draußen Das ist gut Ah Danke So Ich hätte jetzt mal behauptet Wir wollen auf einer Höhe von Ich weiß es nicht Pre-Deployment 3,5 Und Full Deploy auf 1000 Meter Höhe Copy to other shoots Close Arm Parachute Arm Parachute Und Wir wollen Aber wartet mal Wenn ich den zu mache Ha Ich habe mir gerade eingefallen Wie ich herausfinden kann Wie viele Delta wieder drin sind 1570 Und wenn ich den zu mache Sind es noch 999 Das heißt ich habe 571 Delta Vs Und ich brauche um mich in die Atmosphäre einzubremsen Brauche ich Deutlich weniger als 500 Okay das heißt wir können diesen Satelliten abtrennen Ohne dass wir panisch werden müssen So und ich habe momentan auch eine Verbindung Aber wir haben ja keinen Stress Im Zweifelsfall rotieren die halt erstmal In einer gemeinsamen Umlaufbahn Und hier soll ich irgendwas vergessen Da ist ein Probe Core drin Der hat hier die Antenne Er hat eine Relay Antenne Die Relay Antenne ist auch draußen Die Solar Panels sollten uns hoffentlich genug Strom liefern Die anderen kann ich jetzt noch nicht ausklappen Sonst kriege ich die nicht wieder eingeklappt Ja Ich unterstelle dass das jetzt okay ist Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Überlänge Weil das ja alles irgendwie heute lange dauert Nämlich genau genommen 23,4364 Sekunden länger als ich eigentlich geplant hatte Und ich hoffe ich habe jetzt gerade keine Domain gemacht Kann ich das noch abbrechen? Kann ich nicht Das ist aber eigentlich richtig Das ist die Stelle die ich haben möchte So Es ist so schlimm wenn man so gar keinen Einfluss darauf hat So abgetrennt Sehr schön Und da ist auch ein Antrieb Und den könnten wir jetzt auch mal Aktivaten So Gut Wir sind auch mit Kontrolle versehen Genau genommen Relayen wir nämlich gerade über den anderen Satelliten Der Einen guten Winkel hat Das heißt wir werden auch noch Wenn ich das mal so weiter verfolge Relativ lange Ja wir haben eine echt gute Umlaufbahn Um Verbindungen zu Kerben zu halten gerade Das ist eigentlich unser Tag heute Um hier einen Wiedereintritt zu planen Äh Oder einen Eintritt zu planen So Und jetzt hätte ich mal gesagt Wir können als erstes mal Äh Ich glaube wir machen das hier Dann Ich will den Eintritt nämlich im Hellen machen Add-Manüber Wir wollen uns runter bremsen auf Ich weiß es nicht Womit fangen wir an? 50 oder so? Ich meine die Atmosphäre ist halt auch echt dicht, ne? Ich Ich probiere uns mal auf 50 rein zu bremsen Und dann schauen wir mal Was da so passiert Bisschen noch Bisschen noch Bisschen noch So Ich meine das Sollte uns dann relativ gut Ah ich bin echt ne Angsthase Ähm 60 60 Die Atmosphäre ist echt dicht Und die wird auch schnell dichter 60 müssen erstmal reichen Dass der Hitzeschild uns schützen kann So Und Damit ihr mich noch warnen könnt Bevor ich jetzt unsere EVE Mission Hier irgendwie im Boden versenke oder sowas Theoretisch klappt das alles Aber Das machen wir entweder im Livestream Oder in der nächsten Folge weiter Die Livestream Abstimmung Stelle ich euch morgen online Da wird auch Hardcore Körbel mit dabei sein Und dann gucken wir mal Was ich alles vergessen habe Bevor wir uns In die EVE Atmosphäre stürzen In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuschauen Mein Name ist Robert Und Tschüss Nicht Gumps one phrases chips Aus und Untertitelung des ZDF für funk, 2017